ok so dass sie auch treten sind wird ok und jetzt die stufen dazwischen wir arbeiten immer noch mit slabs sehr gut hier kommen wir das sehr gut dazwischen bauen dadurch wirkt das auch flacher aber wirkt wie eine treppe und wieder nicht wie eine treppe wenn man zwei slabs aufeinander macht ein slap ist ein halber block das ist auch ein ganzer block dann hat Wenn mich das Lied immer aufgeregt hat, Fick mir deine Blätter, bring doch den Kindern nichts Falsches bei, In der Tanne hat es keine Blätter, in der Tanne hat es Nadeln. Jetzt sieht das hier schon sehr schön aus. Jetzt wollen wir da natürlich auch das Gegenstück zum Dach. Das wollen wir erstmal ab. Wurde ich mal den Command zeigen. Time war das glaube ich. Set Day. Zack, schon wird es hier wieder Tag. So jetzt erstmal Holz, 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 Holz. Falsches Holz, richtiges Holz. Da ist der Season to be jolly. Schön worden, wenn ich Weihnachtslern mit singen kann. Mal langsam. So. Aha. Das selbe Prinzip wieder. Und nun mit Slabs hier. So. 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 Ich bin nur sehr konzentriert, wenn ich mal nicht losfasle, dann bin ich konzentriert am bau das ist kein so schönes wenn das geht auch schön ja kann man machen aber auch ein schönes Weihnachtszeit was ich finde ist hier, das hört mir der Name davon nicht mal hin und singen mag ich es auch nicht, ja gut, das ist jetzt blöd, dann geht die Soto dann nicht weiter gesagt, wie fing das an, woher Heiland reißt die Himmel auf, weiß auch nicht wie es ging, gibt es schon, ja es sind jetzt keine Pop-Songs, also Weihnachtszeit geht das irgendwie, zu Weihnachtszeit kann man in der Lieder hören, als in so einem Normalzustand, nein ich höre Okay, jetzt müssen wir es doch irgendwie zu kriegen, dann elegant auffüllen Genau das ist nur mal, das wissen wir es doch nicht viel zu müssen wie es ist mit unseren Marketing baut um einem Untertitelung des ZDF für funk, 2017